Ewan Weber. Ja, da ich gerade gehört habe, darf man fragen, warum Sie aus Frankfurt hierher... Ich habe um eine Versetzung gebeten, weil ich gegen meine eigenen Kollegen ausgesagt habe. Kleiner Wessi-Scherz. Angenommen, Herr Ritter hat Frau Wojcik nicht erdrosselt. Was rein hypothetisch ist. Dann läuft ihr seit 16 Jahren ein rein hypothetischer Mörder herum. Auf hypothetisch freien Füßen und begeht eventuell und rein hypothetisch wieder an Mord. Es sei denn, man bemüht sich, den zu fassen. Hypothetisch. Kleinert war der zuständige Staatsanwalt bei den Prozessen gegen Konrad Ritter. Ja, ich weiß. Und ist es nicht ein großer Zufall, dass die Akten jahrelang unberührten Guter liegen und genau einen Tag nach... Ja, ist es... Und was sollen wir jetzt machen, Ihrer Meinung nach? Ohne Akten können wir gar nichts machen. Und wenn eine gewisse Nervensäge diese vorsorglich kopiert hat? Na ja. So jemanden würde man ja wohl kaum als Nervensäge bezeichnen können. Und das mit dem auf den Zeiger gehen, würde einem auch leidtun? Ja, sehr. Seien Sie mal, Herr Böke, hatten wir es auch miteinander? Was? Jetzt hören Sie mal auf, mich zu duzen. Das Bier war alle. Messmer wurde losgeschickt, neues zu holen. Doreen Wolczyk starb, während Sie alle oben gefeiert haben. Hübsche Geschichte. Ja, aber sie wird nicht attraktiver. Weil Sie nach der Tat alle Messmer gedeckt haben. Auf Ihren Befehl hin, Herr Böke. Nichts davon können Sie beweisen. Da irren Sie sich. Legen Sie die Akten zurück! Lassen Sie los! Lassen Sie die Akten! Ja! Wir haben alles getan, was wir konnten. Hat aber nicht gereicht. In Guter hast du immer einen Platz für dich frei. Wenn du mal in der Gegend sein solltest. Wie meinst du das jetzt? Du meinst ihn natürlich beruflich. Na, ich doch, natürlich. Und ein Leckerli für meinen wilden Löwen. Ach, Prinzessin. Dein Augenzug. Augenzug. Überraschung! Ist er nicht wunderschön? Ganz reizend. Und wie für ihn gemacht. Gefällt er dir? Ja. Doch dann bekommst du auch einen, mein kleines Speckerkind. Ach, ich muss ja schon wieder. Das Alte soll man in Ehren halten und über das Neue nicht vergessen. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch über meine wahren Gefühle unterrichten. Aber was soll ich denn tun, Prinz Arthur? Ich kann nichts machen. Die haben sich nur mal in den Kopf gesetzt, um zu vermählen. Da ist für wahre Gefühle kein Platz mehr. Ich habe mich noch mal in den Kopf gesetzt, wie ist das? Ich habe dich noch mal in den Kopf gesetzt, Nein, ich bin noch mal in den Kopf gesetzt, aber es ist eine Räumen. Was ist das? Mr. Kiel, I was always there for him. Always. This is not it. Not like this. You can escape everything. Except your destiny. Forever. We will stay together. Cora! Was ist denn passiert? Tja, wie du siehst, ist mit mir nicht mehr viel Spaß zu haben. Kannst du also berückt wieder nach Hause fahren. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Hast sie ja jetzt. Und? Gefällt dir mein Anblick? Cora, ich... Sebastian. Machen wir uns nichts vor. Du hast mir damals klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass eine Beziehung mit mir nicht machbar ist. Von scheiße Cora! Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht mehr die, wie du dich damals verliebt hast. Ich bin ein Koppel. Lassen Sie uns noch ein CT machen. Ein CT? Ja. Das hat Dr. Kahnweiler bereits vor vier Wochen gemacht. Ohne Ergebnis. Ja. Hat er Kontrastmittel benutzt, ist er Spezialschichten gefahren. Weiß ich nicht mehr. Eben. Das ist ein Versuch wert. Übrigens, ihr Freund... Ich hab keinen Freund. Sebastian von einem halben Jahr kennengelernt. Er ist Musiker. Er spielt Geige. Sehr gut sogar. Das ist auch der Grund, warum er nicht bleiben konnte. Weil er mit seinem Orchester auf Tournee sollte. Zum ersten Mal. Ich bleib bei dir. Ich versprich's dir. Aber ich bleib gelebt. Für immer verstehst du Dennis nicht. Aber du lebst. Du... Du kannst doch immer noch machen, was du willst. Du kannst lachen. Du kannst... Du kannst sogar noch Kinder bekommen, wenn du willst. Oh. Kinder. Toll. Und wenn die dann laufen lernen, kann ich fröhlich hinterher rollen, oder was? Lieselchen. Was ist das denn so eilig? Das geht dich gar nichts an. Der Dummling und Frau Wichtel. Das nenn ich mal ein Paar. Nie im Leben. Das seh ich. Na nun. Was ist denn das? Äh... Sein Magen. Oh. 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 Wir tiếng. Das wollen wir ja mal sehen. Nein. Oh. Ich fände fest. Wiesel. Ich lieb ja wein. Ich fass es nicht. du bist ein dummer全部. Sag mal, kriege ich jetzt Stress wegen den Pflanzen? Das ist nicht meine Baustelle. Ich kenne mich da nicht aus. Für mich sind das irgendwelche Kräuter. Cool. Sarah ist bestimmt nach Holland ins Meer gefahren. Das macht sie immer, wenn sie irgendwas Stress hat. Sie kommt doch nicht hier vorbei? Willst du reingehen und nachschauen? Wenn ich darf. Also ich hätte nichts dagegen. Trotzdem komisch, dass sie weder ihrer besten Freundin noch ihrem Mann sagt, dass sie abhaut. Dabei liegt es hier noch so. Kannten Sie sich Sarah und Wittner schon vorher? Woher soll ich denn das wissen? Zum Beispiel, weil du ihre beste Freundin bist. Beste Freundinnen sich doch immer alles erzählen. Sie hat mir aber nichts davon erzählt. Wovon hat sie dir nichts erzählt? Sag mal, was soll denn das jetzt? Aua! So was nennt sich Verhören. Wenn du mich weiter anlügst, dann kann ich das noch stundenlang weitermachen. Verstanden? Hey, hey, hey! Ich lüb doch nicht. Ich lüb doch nicht. Ich lüb doch nicht.